Hallöchen, Hallöchen, ja willkommen zurück. So, ich habe mich entschieden. Wir spielen das ganz auf Tastatur Maus weiter. Okay. Alles klar. Warte mal, wo ist die Markierung? Da hinten. Lass uns noch mit... Äh... Das. Ne, zurück. Wollen wir nicht. Wo müssen wir denn gehen? Achso, wir sollen auch nach Hause zurückkehren. Ich muss aber da rüber. Dann kehren wir nach Hause. Äh... Äh... Wir kehren nach Hause zurück. Juhu, die Kopfgeldjagd ist ja vorbei. Okay, wir können auch die Baffe anpassen. Okay, alles klar. So. Wollen wir mal an, bitte. Okay. Dankeschön. Hey. It's my best friend. Oh. It's you. Hey, how's it hanging, pal? Remember, anytime you want to go to the slums, I'm your guy. However, there's something taking our city, are worse than any of those issues. Ja, da brauchen wir nicht. Sollen wir erstmal nach Hause. These figures don't lie. However, things don't have to be this way. As Chancellor under my five-year-plan... All right, let's do a cool down lap. Einmal hier rein, bitte. Ja, geschlossen, okay. Okay. I'm still here. Hi. I'm still here in your special channel. Was geht hier ab? This is not a TV show. What the hell, Gene? He installed new locks, because he assumed you get killed. He keeps saying, it's his house now. What? No. I just took the liberty of upgrading your security. We're going to have a laugh before, oder? Yeah, we actually did. Well, well, well. Didn't think you had it in you. I'm really blown away. I'll be honest with you. I expect you to die. Oh, thank you. So, what did it feel like? Killing Nine Torg. Look, I gotta be honest. It felt good. It felt great. I mean... Hey, Gene. Lift up that shirt and expose your soft little belly for me. I'm coming in hot. Eesh. Forgot how psycho he was. Why don't you just, uh, hold on to him for now? Oh, sure. Yeah, we'll, uh, we'll keep him far away from you. Yeah, thanks. Now, uh, go turn in your bounty at the Bounty 5000. I got it all set up for you. No, seriously. Let me stab him. Oh, sure. So, do you have to show him, or what? Do you have to be arsed? So. Ah, what the fuck? You have to do everything, what the fucking UI tells you to do. Yeah, fuck yeah. Fuck you, Gene, you piece of shit. Oh, shit, sorry. It's fine. I've lived through worse. Okay, he's tough. Let's try again later, then. Okay. So, what, you're some sort of bounty hunter now? What are you going to say about humanity? You only kill the bad guys, not the good ones. Yeah, pretty cool, right? Are you proud of your sibling here? I mean, not really. But you, you enjoy, you enjoy. Ja, not a ski, DNA abgeben. Äh, die gab's ja ein paar Kisten, ne? Gucken wir vor. Wo war das jetzt hier bei? Hier war nichts. Wir haben jetzt ein Messer, also könnten wir die Kisten auch aufmachen, ne? Hier ist nichts. Hier eine Kiste. Ich weiß, dass der eigentlich bei Ende war, aber wo war das jetzt? Hier nicht. Den ganzen. Das hier. Okay. Mein Freund Globo hier, you know, he'd really love one. He's great, he's a good drummer. And I think it would help him, you know, he's a good musician. I think it would... Trust me, it'd be worth your time. Yeah, you know, we'll keep an eye out for you. Alles klar. Wir werden die Augen aufhalten. Nur wenn wir Lust in Laune haben. So, hier war ich irgendwie ein paar Leide. Oh! Dingle-Lang hier, ja. Oh. Hallo? Hallo, ist das Slippo's Pizza? Ich will ein Pizza jetzt! Ich will es jetzt, du get me? Nicht in 30 Minuten, oder weniger, oder was auch immer. Ich muss es instantanisch, ja! Und ich weiß, wir haben die Technik für das. Warum sind Sie immer noch die Pizza mit dem Fuß? Just zap sie zu mir. Es gibt 10 verschiedene Möglichkeiten, Sie können es jetzt tun. Portal, Warface, alles, was ich nicht interessiert. Just get sie zu mir, jetzt! Wait. Never mind, ich bin nicht hungry, bye. Okay, was habe ich mit Pizza zu tun? Ich habe nichts mit Pizza zu tun. Okay, alles klar. So, wir haben die eine Kiste gefunden. Aber ich glaube, irgendwo... Sonst keinem mehr, ne? War nur die eine. Ne, da ist noch. Und das ist der Klug-Nugman-Promise. Thanks to our new... What's in there? We managed to keep drugs like Virgels and Spacemath out of the hands of our extremely horny geriatrics. No criminal organizations like the G3-Kartel. Und das müsste auch kommen. Kann man hier irgendwann nochmal fliegen, oder was? Okay, alles klar. Hier kommen dann auch noch eine. So, wir sollten was abliefern gehen. Was ist jetzt hier? Ich habe nichts zu sein. Oh, eine Kiste. Oh, don't mind us dead, Loglocks, we're just right falling around in your gut's real quick. Hihi, hihi, hihi. Kann man nicht aufmachen, gut. Äh... DNA abgeben. Frage wo? Hier etwa? Sonschleihers. Was ist das schön für mich? Könnte ich nicht mal ansprechen hier. Oh, hurry up, I'm kind of busy in case you didn't notice. Hm. Make it quick. Yeah, sure, just keep standing there like an indecisive idiot. Let's go. Yeah, that's right. Don't buy anything. Was ist die Frage? Oh, muss ich das abgeben? Oh, muss ich das abgeben? um die jungen help us bilder better safer blimmer durch die dna okay wir können ja auch nicht sagen was steht denn jünger muss ja Oh, sonst gibt's ja keine Karten. Ne, toll. Hm. Oh, das steht. Okay. So, jetzt ist die Frage, bei Ruhe gib ich das hier ab. Denken wir eher an, dass es hier oben oben sein muss. Äh, ne, hier ist nix. Okay. Habe ich zu Hause. Warte mal, warte mal, warte mal, wo steht das hin? Äh. Oh, wo sind meine Aufträge? Ach, ich weiß nicht. Na, Kampf. Nö. Hm. Alles klar. Ich geh das Schlecken rein. Na, okay. Ich glaub nicht, dass ich jetzt hier rein muss. Ähm, ja, gut. Stopp, dann muss ich hier die DNA abgeben. Ja, da muss ich einmal rein hier bitte, danke. Hier die DNA. Ja. 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 You're a real bounty hunter now. Huh, would you look at that? I guess we're really doing it. Yeah, I didn't expect you to get your footing so quick. I don't even have any leads on any G3 bounties. You're serious about going after them, huh? You bet. We'll take them all down, including Garmantius. Well, you're welcome to try, and if you do, you might want to go to the pawn shop and buy back the Dodge unit I pawned off. Forgot to tell you about it. Go scrounge up some pesos and buy that, or whatever else tickles your fancy. I'll have some G3 bounties ready for you by the time you get back. Sure, sounds good. Thanks, Gene. Just maybe next time don't assume we're just gonna die. Right. Got it. Okay. You're really gonna need that Dodge unit from the pawn shop. The suit's not really complete without it. Okay, Sunfly House. Dann gehen wir mal. Okay, da muss man die Aufträge abgeben, das ist schon mal eine sehr gute Idee. Okay. Oh boy, we gotta touch you feeling. Wait, what? Why am I tired? That doesn't make any sense. That doesn't make any sense. That doesn't make any sense. Oops. Hey, Gene said you might have the old Dodge unit that goes with this bounty suit. Oh yeah, we got that. Why? You want it? I want it too, so it'll cost ya. Yeah, uh, yeah, yeah, no, we know how buying stuff works. Yeah. Look how dumb they look trying to figure out what to buy. Oh, what's that smell? Did one of you beef it? Real cool suit, where'd you get it here? ok... Wo ist denn hier mit dem Ausweis? Ey... Ich kauf einfach einen Ausweis. Ja, aber wo ist der Ausweis? Eh... heute kiste okay muss ich hier suchen ja ist kein ausweis hey wo easy there tancho we got to buy the dodge unit first yeah do they also say the longer you take here the longer i have to look like i give a shit you don't have the hard cash you just window shopping is this your first time at a store you got to buy something you ever been to a store before you know how this works right hey wo muss das sein oder was dein ausweis brauchen sich hier extra noch ok wo soll der ausweis stecken und strample alles klar ok wo ist der ausweis ich würde die trommel kaufen wo ist der ausweis alles klar auch nichts mit ausweis ok kaufschätzchen ausweis kaufschätzchen ausweis kaufschätzchen ausweis kaufschätzchen ausweis ok ok kaufschätzchen ausweis und dann sehen uns gleich wieder